. Hier ist die Spitze wieder, Rosberg, 0,7 Sekunden, geht da Mark River. Und man hofft dermaßen, dass der erfahrenen Fehler macht und deswegen entstehen dann auch, dass es so bleiben sollte, auch die, ich sag mal, Guckst du hier von denen hier gesagt? Nö. Das ist hier auch so. Hm. Oh. Vielen Dank.